Der Pilz ist halt auch eine Stadt in Lichter, kann man nur leider selten genießen, denn die Welt hat man so einen guten Ausblick, wo man, wenn ich reinfahre, jetzt, dann ist der Schenkommenskoshi-Tower, wo ich wohne quasi, und dann hast du das. Und hier ist der Danche River, Frischwasserfluss. Ich bin jetzt hier, was da ist, was man gerade nicht mehr sieht.